Moin Leute und Herzlich Willkommen zurück bei Masswomen Kingdom Meldung. Wir haben letztes Mal den blauen... äh, ja, uh. Ich hab vergessen, dass das so geht hier. Also wir haben letztes Mal halt... bla bla bla, wir haben das letzte Mal halt... ...den blauen, ähm, Knopf gedrückt und jetzt können wir hier auch... Also machen wir das dann mal. Ich kann mich jetzt nicht an weitere Stellen erinnern, wo... ...der blaue, äh, Knopf irgendwas verändern würde. Aber auf jeden Fall ist hier Bonus 1. Mit super tollen Musik. Ich hab mal wieder vergessen, wovon sie ist. Auf jeden Fall sieht das hier ziemlich interessant aus. Ich glaube, es ist doch nicht das erste Mal, wo ich so ein Setup von einem Level sehe. Oder es kann sein, dass es... einmal halt... Ah, es ist mega meine Musik hier. Ähm, oder es kann halt sein, dass... ...es einen anderen Netzplayer gesehen habe, der dieses Spiel hier schon mal gespielt hatte. Und ich kann mich noch sehr gut an dieses Level hier dann wohl erinnern. Und das Cape bringt hier total viel. Also es bringt's, also es verantwortet es. Ganz klar und ich habe gefehlt. Das macht die Sache ziemlich schwierig. 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 Und hier runter. Und ich bin durch den Block geglitzert. Das war lustig. Und hier rüber, zack. Und hier runter. Und da... Okay, die Pflanze... Keine Ahnung, wo jetzt die Piranha-Pflanze da oben hingegangen ist. Oh, das war knapp. Und auf einmal ist das Slowdown kurz wieder weg gewesen. Und... Bis fast in den Tod gerittet. Zack. Und hier runter. Und hier runter. Ich hoffe mal, dass ich nicht irgendwie alle... ...Rohre abchecken muss. Obwohl ich glaube ja nicht, dass dies der Fall sein wird. Und hier merkt man wieder, dass der Slowdown manchmal mehr hilft als... stört. Und wir sind jetzt in Legoland. Sieht ja toll aus. Und dass das nicht klappt, war ja irgendwie klar. Und zack. Es vermächt... Ah, ohne... Es kann nicht mehr ohne Slowdown spielen. Ach du meine Güte. das ist jetzt vor... In Legoland. Hier und herrüber! Ne 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 nein! Oh, verdammt! Also, nochmal... Ähm, ja? Muss ich's herreiben? Ja. Okay. So, und dann sind wir wieder hier in Legoland. Wenn wir sterben, das wär ziemlich schade, schade. Hier rüber, dann hier, hier rüber und dann wir springen und springen. Wir warten nur noch mal ein bisschen, dann springen wir hier weiter und hier noch ein kleiner Sprung ins Swap. So, dann wären wir wieder hier. Spring mal hier rüber und tötet es eher, du mich töten kannst. Nur haha. Nein! Nein! Verdammt. Und noch mal das Ganze, weil es so schön ist. Also, los. Ui, das war knapp. Und hier rüber, oh verdammt. So. Oh, dieser Sprung. Und was macht der dann hier? Geh weg. Und zack. So. Und hier jetzt nicht fehlen. So. Und wir gehen wieder hoch. Und weil ich so oft fehle, setze ich jetzt einfach mal ein C-State. So. 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 ist der Grundschlabel hier langsam mit Gefühl langsam hier warten ok jetzt und hier auch zack die ich glaube oh nein 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 oh mein Gott nein oh mein Gott die Segel oh je je komm sag mir einfach das hier das Ende ist oh Münzen wie lieb von dir nein hier ist leider noch nicht das Ende keine Pflanze der hat mich fast bekommen jetzt wirklich geht man irgendwie rein Knopf nein ja halt dann nochmal das ganze weil ich so verkackt bin so und Pils excellent so und fick dich wieso bin ich nicht gesprungen wieso zack nein 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 was ist los eh perfekte Position komm da hoch geh da hoch den oh mein nein 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 und wieder hier hoch zack sterb Gebt mir den Spring... den... so... was zur Hölle... okay... Ich hab irgendwie das Gefühl, dass meine Knöpfe nicht ganz funktionieren und diese Stange ist einfach nur scheiße. Stöpfe! Mir egal... zack! So... langsam... einfach langsam... nicht zu schnell... aber auch nicht zu langsam... ...und springen... ...und... wie ich jetzt das hier überlebe, ich habe keine Ahnung... ...weg ist überhaupt keine Ahnung... Zumal die Stelle hier ist ziemlich gefährlich... Leider ist hier immer noch nicht das Ende zu sehen... Die Stelle hier ist auch ziemlich... ...schlecht... ...und diese kleinen Grafikfehler da... Die bringen mich wirklich so langsam... Ja, ich hab einfach Angst... So... Stück für Stück... Hier warten wir nochmal... So... Hier runter... Okay... Wo bin ich? Das ist nie passiert... Oh mein Gott... Was zur Hölle... Was zur Hölle... ...kopier ich irgendwas hier nicht... ok zu spüren auch verdammt in den das eine Rolle und da aber wieder ein kleiner Sprung drin das zählt andere sehr gut Ich glaube, wie lange war das jetzt ungefähr? Oh, doch, das sollte eigentlich schon fast reißen, finde ich. Etwas kurz, aber dann machen wir nächstes Mal dann Bonus 2. Also dann heute, ciao, ciao, bis morgen oder so. Ciao, ciao.